Berger von Binted Gucken wir, wie viele Punkte es gegeben hat. Ja, auf jeden Fall. Für Bonuspunkte bei allem. Boah, fast 4000 Bonuspunkte. Wahnsinn. Und wieder fast 800 Credits. Ich glaube, wenn wir mit den Waffen durch sind, dann kann ich mir alle Karten kaufen bei den Hüttenaufträgen. 59 von 75. Ich brauche jetzt ein Blastergewehr. Ich muss 30 Kills mit machen. Ein schweres oder ein normales? Ein normales Blastergewehr. Okay, cool. Ja, das läuft, oder? Auf jeden Fall. Ich habe ja gestern noch ein kleines bisschen weitergespielt. Ich habe aber auch nur zwei Zwischenziele noch erreicht. Mehr nicht. Nichts Großartiges. Weißt du, du hast ja immer so drei oder vier Etappen, bist du dann. Ich habe da jetzt noch einen abgeschlossen, den Top-Geldjäger. Ja, genau. Ich bin ganz knapp davor, ne? Habe ich auch gerade gesehen. Ein paar Pünktchen vor dem nächsten Level. Genau, 69.100, noch was von 70.000. EE-Elf ist ein Blastergewehr, jawoll. 46 bin ich. Level 47 wäre ich dann. Genau. Sargo, make me do the... Übrigens, hier habt ihr mal meine Statistik, damit ihr mal ein bisschen reingucken könnt. Kills Gesamt, Kill-Death-Ratio und so weiter. So, ich gehe mal ins Spiel. Fängt nämlich gleich an. Hi. Hallöchen. Was will der? Der will Butter? Hast du angeredet? Ich will Butter. Ich will Butter. Ich stehe voll aus Butter. Ich will mich damit einreiben. Streichfeste. Arme mit Butter, bitte. Fettarme. Ich mach so'n Fick. Ich komme jetzt von nach vorne. Oder auch nicht. Haben die sich entschieden, den rechten Weg zu gehen. Wahrscheinlich. Und wir sind jetzt den rechten Weg. Ne, doch, da kommen wir. Oh, hinter uns. Verdammte Scheiße, wo kommt der denn her? Der ist ja wie ein Ninja aufgetaucht. Und genauso schnell war der auch wieder weg. Habt nicht gerecht. Sauber. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Fuck. Wo schießt denn der hin? Ach, da hinten hin. Was hast du eigentlich für ein PC-Tastatur? Boah, der hat mich. Ähm. Boah. Ich hab ne Logitech-Maus. Ne relativ alte Logitech-Maus. Die, äh. Ich hab auch ne neue Razer mittlerweile. Aber, ähm, die alte Logitech passt mir. Oh, hier sind die alle. Oh mein Gott. Da eine Thermal. Das wär so schön gewesen. Lass mal halt einfach so ne Bombe da rein. Jawoll. Ja. Hat funktioniert. Hat mir schon dabei gereicht. Ja, sauber. Sehr gut. Oh, hinten. Warte. Ich hab die kommen hier hinter uns jetzt. Wir verlieren diese Schlacht. Kommen die da durch? Oder meine ich das nur irgendwo her? Kommen die da her? Äh, ich hab ne alte Logitech-Maus. Ich kann dir gar nicht sagen, wie die ganz genau heißt. Ich müsste da mal nachschauen, wie die heißt. Und, ähm. Komm da, alle. Äh, ein PC, ähm. Was willst du wissen vom PC? Also, ich hab natürlich einen selbstgebauten PC. Ich hab nix, ähm. Nix fertig gekauftes. Aber ich hab ganz guten PC. Ich bau mir die eigentlich immer relativ, äh. Also, immer selber zusammen und versuche immer relativ mit der Zeit zu gehen. Damit ich dann auch meine PC-Spiele spielen kann. Was ich in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so mache. Aber ich benutze halt zum Streamen, zum, äh, Videos umwandeln und so weiter. Und zum Hochladen. Da ist es ja auch nicht verkehrt, einen guten Rechner zu haben. Vor allem, was das Video umwandeln angeht. Jetzt ist das Imperium im Vorteil. Boah, da sind noch welche. Hab einen mit Sperrfeuer. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Boah, mich hat einer mit Granate. Aber ich hab zwei mitgenommen. Ich geh ein bisschen zurück. Dann kannst du mir spawnen. Da sind nämlich noch welche. So, wir sind da. Okay, die sind immer noch da. Immer noch hier irgendwo. Da ist er. Boah, da sind noch mehr. Boah, links, links, links. Unter dem, unter dem AT. Ab alle beide da drunter. Boah, Hammer. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr jetzt. Boah, da sind die unter dem AT. Die kommen hier wieder von. Die kommen hier wieder aus der Seite. Ich geh hier, ja genau. Genau, genau, genau. Bin hinter dir. Hier ist jetzt einer. Irgendwo. Oh ja, mehrere. Wushidonka. Was auch immer das heißen mag. Einen rechts hab ich. Umgebungsbombe hat mich. Ich hab zwei. Ich hab beide, glaub ich. Da hinten kommen noch mehr. Geben beide, ja. Da sind zwei Stück hinten. Ich kann mit meiner Waffe nicht wirklich was ausrichten. Klick mal in der Umgebung, so haben wir hinter uns. Hab das Geschütz da hinten. War da nicht noch einer hier vor uns? Ich glaub, da ist noch einer vor uns irgendwo. Hier rechts sind die jetzt, wo ich langsehe. Ja, hier vor mir ist auch einer. Ja, da ist er. Okay. Da kommen noch mehr. Er hat meine Drohne, ballert auf die. Ich hab zwei. Und da ist noch irgendwo einer. Aber ich kann nicht zu dir kommen. Jetzt? Ich bin nicht. Fuck, okay. Ich bin immer noch hier außen. Verstand wieder nicht verfügbar. Ja, manchmal ist das so, ne? Geil. Mein Drohne scannt hier alles. Voll super. Nein, Umgebungsnummer. Fuck, ich hab's doch Piepen hören. Da kommst du nicht weg, es sei denn. Ich hab ne 1080, also ne GeForce 1080. Ne relativ neue Grafikkarte, die Schweinegeld kostet, aber relativ gut ist. Das heißt relativ. Also im Grunde alles auf Ultra spielen kann. Aber das wurde bei mir auch Zeit. Ich hab in der ganzen Zeit lang ne relativ ältere Grafikkarte, das war ne äh, 970er. Was von den letzten, ich glaub, zwei Jahren oder so. Ich hab da keinen bekommen, ne? Hab Sperrfeuer reingeschmissen. Ein hab ich. Wo sind hier genau? Ich hab alle Bande gekriegt. Ah, okay, alles klar, gut. Dann sind die hier weg. Perfekt. Ja, wenn's immer so einfach ist, dann sag ich dir ja nicht einfach nur Bescheid, wo die sind, dann... Baller ich die weg, ja. Machst du den Rest? Ja, war der Plan. Ganz genau. Assist. Boah, hat der geschrien. Boah, hat der mich, ey. Krass, Alter. Wie hat der das denn gemacht? Ja, in meiner Umgebung kann man von Weihnachten funktionieren. Hier links kommt einer. In der Kanye West, wie kann er mich töten? Hinter uns. Hinter? Boah, fuck, fuck, fuck. Hinter uns? Wo kommen die hier? Alle beide. Oh, fuck. Ich hab alle beide weggeballert. Ja, ich hab's gesehen. Ne, den einen. Und noch einen weggeballert. Oh, Hammer. Der nicht getötet hat. Hammer. Sag doch, ich bin keiner. Wie kann der mich töten? Ich bin da mit einem Blaster. Die kommen alle von da vorne. Ja, ich seh's. Und die haben mich. Oh, fuck, ich seh's. Da links ist es im Tunnel da, ne? Ja. Aber vor uns ist auch noch irgendwo einer. Unter dem AT-AT. Der kämpft einer. Boah, neben uns, links, 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 links. Ah, zu spät. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Aber ich hab vor uns auf jeden Fall mal einen oder zwei mitgenommen. Immerhin das. Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Oh. Boah, ein Schuss. Ich bin tot. Kann nicht wahr sein. Ich hab zwei mitgenommen. Boah, hier kommen sie alle. Die kommen alle hier. Und, ah, das vor uns. Der Borderlander, ne? Das ist so ein Ninja, der... Alter, kann nicht wahr sein. Scheiß Kämpfer. Dein ist alle an anderer Stelle stehen. Die Affen. Egal. Egal. Ist ja ganz gut. Da wissen wir, wo die sind. Und zwar hier sind die. Boah, ich hab zwei Stück mit Feitler gekriegt. Mit einem Schuss. Was? Mit einem Schuss? Ja. Die standen hintereinander. Wie? 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 Wie geil. Wie geil. Hinter uns kommt einer. Echt? Oder sogar zwei. Zwei. Einen habe ich. Das noch einer. Das noch einer links an dem Zelt. Noch einer daneben. Den habe ich auch. Ich schmeiße eine Granate. Da ist, glaube ich, keiner mehr. Vor uns. Ab den. Oh, noch einer. Noch einer. Noch einer. Hat er dich? Vor uns direkt. Der ist drückt von der Neuse. Habe ich nicht gesehen. Ich hab mich umgedreht. Und dachte, hinter uns kam der, weil ich irgendwie den Schuss gesehen habe. Ach, shit. Ich hab irgendwie gerade Orientierungsprobleme. Ich hab irgendwie gerade Orientierungsprobleme. Ja, hab ich gemerkt, ey. Ich versuchte dir die ganze Zeit voll. Ich würde ganz in den Zeilen. Ach, aber es sind die wahre Frau. Oh mein Gott, Höhlen. Ich war noch nie in Höhlen. Oh, ich habe die Tasseentscheidungen. Was ich mich hin soll. Oben auf dem AT-AT. Ich hab meiner geflogen. Ja, ich hab meine Granate geschmissen, aber nix. Ach du den? Sorry, wo kommt der? Nee, immer noch oben auf dem AT-AT ist einer. Vorsicht. Schokolade. Ab die Drohne. Wo sind die unter dem AT-AT? Ja, da kommt einer. Boah, links. Links vor dir. Oh mein Gott. Links, links vor dir. Links vor dir. Hinter dem Blick. Nee, da ist noch einer. Nee, da ist noch einer. Der ist da. Der ist da noch. Hinter. Nein. Oh, der hat mich wieder geschlagen. Hab den nicht gesehen. Ich hab da Versteckspielen gespielt die ganze Zeit. Hihi, kleck, kleck. Du bist. Ich bin im Wupp. Boah, das kann ich wahr sein. Hat ungefähr 0,1% Energie noch. Ein hab ich. Mit Sperrfeuer hab ich ja mitgenommen. Verdammt, auch gewonnen. Am geworden. Boah, hab ich von den Punkten noch überholt. Oh, ha, ha, ha. So, die Punkte mehr. Schnauze, boah, haben wir tausend Punkte mehr als der Rest im Spiel? Alles ein Loser. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Boah.